Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist denn passiert? Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich bin am Verdursten, bring mir ein Glas Wasser. Und das war alles? Sie wollen mich wohl ins Grab bringen? Schluss jetzt mit der Bellerei. Blödes Huhn. Den Joghurt! Was machst du denn da? Mein Hund hat viel bessere Tischmanieren als du. Das steht ja wohl fest. Müssen Sie mich immer so beleidigen. Wo bleibt das Löffelchen? Der Zug kommt. Wo habe ich bloß meine Gedanken? Das wäre mir neu, dass du welche hast. Einen Haufen Stroh. Den hast du da oben. Du kannst wieder abräumen. Ich fühle mich heute nicht wohl. Aber nicht doch. Sie sind doch in blendender Form. Sie werden mich überleben. Das will ich schwer hoffen. Hast du deinen Kamm verloren? Selbst im Irrenhaus laufen sie gepflegter herum. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ach, das arme Ding hat überhaupt keine Zeit, Schlampe. Ich habe doch gewusst, dass er mir so eine Schweinerei macht. Ja, du bist mein allerbester. Mein allerbester braver Hund. Oh, du bist doch mein Hund. Oh, du bist doch mein Hund. Oh, du bist doch mein Hund. Au revoir. Du bist doch master komplett. skrlicheenschaft. Du bist doch mein Hund. Ich hab mal da heute. Und ich hab eing gathering. Dann habang mich. Ich hab mich gerade liberals.